Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Der Weltraum ist der neue Ozean, sagte einst John F. Kennedy. Und seit nun mehr als einem halben Jahrhundert erforscht der Mensch diesen Ozean. Dabei bewegt er sich in einer lebensbedrohlichen Umgebung. Kälte, Hitze, kosmische Strahlung. Doch eine der größten Gefahren hat der Mensch selbst ins All gebracht. Müll. Weltraumschrott, der Astronauten und Satelliten bedroht. Herzlich willkommen bei Space Time mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Ein Einschlag in einer Scheibe. Eigentlich nicht weiter bedrohlich. Doch hier handelt es sich um ein Fenster der Internationalen Raumstation, 400 Kilometer über der Erde. Ein winziges Stück Weltraummüll hat die ISS getroffen. Mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 8 Kilometern in der Sekunde. Hunderttausende dieser Trümmer rasen durch den Erdorbit. Jedes einzelne kann eine Katastrophe auslösen. Seit Beginn der Raumfahrt hat der Mensch auch seinen Müll im All zurückgelassen. Satelliten, Raumschiffe und die internationale Raumstation sind permanent der Gefahr ausgesetzt, durch Schrotteilchen getroffen, beschädigt oder sogar zerstört zu werden. Astronauten bedroht zusätzlich die kosmische Strahlung. Auch unsere Sonne kann für den Menschen im All den Tod bedeuten. Raumfahrt ist gefährlich. Ich meine so richtig gefährlich. Und ich weiß, wovon ich rede. Da gibt es ja zum Beispiel den berühmten Weltraumschrott. Millionen von Trümmerteilen umkreisen die Erde. Und da haben sich die Menschen wirklich was eingebrockt. Aber es gibt ja noch ganz andere Gefahren, zum Beispiel Galactic Cosmic Rays, also harte Strahlung, die unsere DNA zerschlägt, oder Sonneneruptionen, die Solar Flares auslösen. Aber wir sind diesen Gefahren nicht ganz hilflos ausgeliefert. Wir kennen inzwischen Lösungen dafür. Für den Menschen ist der Weltraum noch immer ein grenzenloses Neuland. Und jeder Vorstoß ins All ein Wagnis. 12. März 2009. Auf der Raumstation wird Alarm ausgelöst. Ein Trümmerstück befindet sich auf Kollisionskurs. Die Wahrscheinlichkeit eines Treffers liegt bei unter einem Promille. Trotzdem bringen sich die Astronauten in einer angedockten Sojus-Kapsel in Sicherheit. Es gibt drei Notfälle, die eigentlich sehr kritisch sind. Wo auch sofort reagiert werden muss. Das ist Feuer, wenn Feuer ausbricht, wenn die Atmosphäre kontaminiert ist. Oder wenn eben Druckabfall stattfände. Weil beispielsweise irgendwie so ein Bruchteil eingeschlagen ist. Da muss jeder wirklich genau wissen, was zu tun ist. Und zwar sofort. Und da ist auch kein Platz für irgendwelche Fehler. Die Gefahr, dass Weltbaumüll den Weg der ISS kreuzt, besteht ständig. Das Trümmer-Teil vom März 2009 war etwa 13 Zentimeter groß. Es passierte die Station in einem Abstand von nur 4,5 Kilometern. Ein Einschlag hätte tödlich sein können. Um sich im Orbit halten zu können, müssen die Objekte sehr schnell unterwegs sein. Mit ungefähr 7,5 Kilometer pro Sekunde. Das ist eine sehr hohe Geschwindigkeit. Das entspricht 28.000 Kilometer pro Stunde. Wenn bei diesen Geschwindigkeiten Objekte aufeinanderprallen, kommen Einschlaggeschwindigkeiten von bis zu 40.000 Kilometer pro Stunde zustande. Bei diesen Geschwindigkeiten hat selbst ein kleines Objekt von der Größe einer Gewehrkugel eine gewaltige Wirkung. Man kann es das eigentlich nicht vergleichen mit einem Gewehrschuss. Die Energien, die da frei werden, entsprechen eher einer explodierenden Handgranate. Mikroskopisch kleine Teile können immensen Schaden verursachen. Ohne Vorwarnung. Also die Geschwindigkeiten sind so groß, dass man da nichts ankommen sieht. Sondern angenommen, da kommt so eine Schraube, da ist so eine Schraube, Weltraumschrott, befindet sich genau auf meiner Bahn, dann kann man da nicht mal ausweichen. Das ist also, so eine Schraube ist so klein, die sieht man nicht vorher, dann passiert das einfach. Deswegen werden alle Teilchen detektiert, die da rumfliegen. Und man muss wirklich aufpassen, dass die Raumstation oder auch ein Satellit nicht von diesen Teilchen getroffen werden. Größere Teile werden permanent durch Radar verfolgt. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Trümmerstück den Kurs der ISS kreuzt, dann fliegt die Raumstation ein Ausweichmanöver. Doch vor kleinen, nicht entdeckten Objekten muss die Station selbst ihre Bewohner schützen. Besonders in Flugrichtung ist die ISS durch Schilde verstärkt. Diese Schilde, die können Objekte von ungefähr bis zu einem Zentimeter Größe abhalten. Das gilt für die bemannten, druckbelüfteten Module, die sind mit diesen Schilden ausgelegt. Das heißt, alles, was kleiner als ein Zentimeter ist, dagegen ist die ISS sicher. All das, was größer als zehn Zentimeter ist, das hat dann wiederum die Größe, dass man es vom Boden aus erkennen kann. Und dann würde die ganze ISS ein Ausweichmanöver machen. So sind also die gefährlichsten Objekte die mit einer Größe zwischen einem und zehn Zentimetern. Um die Teleskope auf der Erde zu kalibrieren, werden von der ISS aus Testkörper im Orbit ausgesetzt. Die Minisatelliten verglühen nach kurzer Zeit wieder in der Atmosphäre. Weltraumschrott ist nicht gleich Weltraumschrott. Es hängt davon ab, wie groß sind die Teilchen und wo sind sie. Also zunächst, potenziell gefährlich für Satelliten, können alle Teilchen werden, die größer sind als etwa ein Zentimeter Durchmesser. Die zerschlagen alles. Es geht bis hin zu einigen Metern Durchmesser, aber all diese Teilchen sind etwa gleichmäßig verteilt. Also an irgendeinem Ort im Weltraum gibt es sowohl die einen als auch anderen Sorten. Wo sind jetzt die Schrottteilchen? Nun, sie befinden sich hauptsächlich in einer Schale um die Erde bis zu etwa 1000 Kilometer Abstand. Hier gibt es mit Abstand etwa 90 Prozent aller Weltraummüllteile. Warum ist das so? Nun, das liegt einfach daran, weil die meisten Satelliten Wetter- und Erdbeobachtungssatelliten sind. Deswegen müssen sie ganz nah an die Erde ran, um genau das Wettergeschehen und die Details auf der Erdoberfläche zu beobachten. Und dann gibt es noch einen ganz anderen Bereich. Das ist der geostationäre Orbit, ziemlich weit draußen in 36.000 Kilometer Höhe. Dort liegen die Satelliten wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Das liegt daran, sie müssen sich ja mit gleicher Geschwindigkeit um die Erde bewegen. Und deswegen gibt es auch nur ganz wenige Slots. Also wie eine Perlenschnur. Davon gibt es aber auch sehr viele tote Satelliten. Die befinden sich allerdings nicht an dieser Stelle, sondern etwas weiter zurück. Und deswegen gibt es zwei Perlenschnüre hintereinander. Die noch funktionierenden weiter innen und die bereits toten weiter außen. Alles, was dazwischen ist, was man so sieht an Weltraummüllteilchen, sind so Navigationssatelliten, Militärsatelliten, die auf Zwischenbahnen, hochelliptischen Bahnen, sowohl von innen bis nach außen kreisen. Die größten Brocken kennt man. Ihre Bahnen werden ständig beobachtet. Eine Art Lebensversicherung für die Crew der ISS. Für die internationale Raumstation hat man natürlich sehr gute Bahninformationen. Die wird sehr intensiv verfolgt und sehr genau vermessen. Und insofern ist die Bahn, die man hat, auch sehr, sehr genau. Diese Bahn wird abgeglichen gegen die Bahn von etwa 17.500 Objekten, die man regelmäßig verfolgt und die im amerikanischen Katalog vom Space Surveillance Network sind. Einige von diesen Bahnen könnten da ISS nahe kommen und die werden dann quasi extrahiert und ständig verglichen gegen die ISS-Bahn. Wenn so ein Objekt der ISS nahe kommt und wenn aus der Prognose hervorgeht, dass das Risiko an der Kollision größer als 1 in 10.000 ist, dann macht die Raumstation ein Ausweichmanöver. Routine für die Besatzung. Wenn so ein Ausweichmanöver geflogen wird, das ist jetzt nicht, dass da plötzlich hier irgendeine riesige Beschleunigungen auftreten, sondern dann wird halt das Triebwerk mal für eine Minute gezündet oder zwei Minuten und dann hat man das erforderliche Ziel erreicht. Für solche Notfälle wird immer wieder geübt. Da läuft das ab wie ein Schweizer Uhrwerk. Da macht man genau das, was man trainiert hat und führt das so aus. Und das ist ehrlich gesagt kein Unterschied, ob das jetzt eine Simulation ist oder in Wirklichkeit stattfindet. Bleibt für ein Ausweichmanöver keine Zeit, dann begibt sich die Besatzung sicherheitshalber in die Rettungsboote. Zwei Sojus-Kapseln, die an die ISS angedockt sind. Man möchte einfach dann die Crew schützen für den Fall, dass irgendein Teilchen dann tatsächlich die Station treffen sollte. Dann wäre die Besatzung eben in der Sojus-Kapsel, kann die Luke dicht machen, abkoppeln und sicher zur Erde zurückkehren. Doch noch gab es keinen solchen Notfall. Nehmen wir mal an, die ISS hätte eine Aluminiumwandlung von 10 Zentimeter. Und es würde ein stinknormales Teilchen eintreffen, nämlich mit einem Durchmesser von einem Zentimeter. Dann würde es genau diesen Schaden erzeugen. Das ist ein simulierter Schaden mit einem Kügelchen mit 7 Kilometer pro Sekunde Geschwindigkeit. Das ist die typische Orbitgeschwindigkeit. Und Sie sehen gleich, das ist ein immenser Schaden. Die Tiefe des Kegels ist etwa 5 Zentimeter. Aber wir können uns keine 10 Zentimeter Aluminiumwandlung auf der Raumstation leisten. Die Raumstation wäre viel zu schwer. Da müssen also andere Lösungen her. Und deswegen hat man das sogenannte Triple Shield entwickelt. Wie funktioniert das? Nun, man macht drei Wände von etwa 2, 3, 4 Millimeter Dicke. Die erste Wand hat die Aufgabe, dieses einfallende Teilchen zu zerschlagen. Es entsteht so ein Trümmerhaufen, einen trümmeraufgefächerten Trümmerhaufen, der dann auf die zweite Wand schlägt. Diese zweite Wand kann diesem Trümmerhaufen standhalten, wird also nicht mehr durchschlagen. Und die dritte innere, meist sehr dünne Wand, hält dann den Innendruck der Raumstation stand. Und so funktioniert das Ganze. Die ganze Raumstation ist mit diesem Triple Shield ausgestattet. Diese Außenhülle wird ständig kontrolliert. Denn sie ist der wichtigste Schutz der Astronauten vor einem Einschlag durch einen kleinen Meteoriten oder ein Stück Weltraummüll. Vor 60 Jahren, mit Sputnik 1, begann das Raumfahrtzeitalter. Nach dem Start von Sputnik gab es kein Müll im Weltall. Die Sputnik 1-Mission ist eigentlich nach heutigen Maßstäben perfekt gewesen. Sie hat ihre Missionsziele erreicht. Der Satellit als auch die Oberstufe, die ihn in die Bahn verbracht haben, sind innerhalb kurzer Zeit wieder eingetreten. Und genau das möchte man. Doch ab den 60er Jahren erlebte die Raumfahrt einen Boom. Beim Wettlauf ins All wurden immer mehr Raketen in den Weltraum geschossen. Im April 1961 katapultiert eine russische Vostok-Rakete den ersten Menschen ins Weltall, Yuri Gagarin. Mit ihm beginnt das Zeitalter der bemannten Raumfahrt. Und mit jedem Start bringt man auch mehr Müll in die Umlaufbahnen. Über 2000 Teile der Rakete Gagarins rasen noch Jahre nach dem Start um die Erde. Auch die amerikanische Weltraumbehörde NASA hinterlässt ihre Spuren im All. Immer leistungsfähigere Raketen hinterlassen auch immer mehr Objekte im Orbit. Das interessierte damals niemanden. Gerade die Oberstufen der Raketen verursachen Probleme. Sie sind tickende Zeitbomben. Die erste Trümmererzeugung, die gab es bereits in den frühen 60er Jahren, 1961, wo sich eine Raketenoberstufe zerlegt hat. Und das ist heute auch immer noch ein Problem. Eine Raketenstufe, die ist ausgelegt für eine Betriebsdauer von 10 Minuten. So schnell geht das vom Erdboden bis in die Umlaufbahn, in die niedrigen Umlaufbahn. Und danach hat sich keiner Gedanken gemacht, was mit den Jahren oder Jahrzehnten, in denen diese Raketenstufe noch im All verbleibt, mit ihr passiert. Die Bedingungen im Weltraum sind krass. Also wir haben gewaltige Unterschiede in Temperatur, wenn man aus dem Erdschatten austritt und in die Sonne hineinkommt und wieder eintritt. Das passiert teilweise innerhalb von Minuten, also mehrmals pro Tag. Das macht kein Material auf Dauer mit. Wir haben restlichen Druck in den Tanks. Wir haben Mikrometeoriten, die einprasseln. Wir haben atomaren Sauerstoff, ultraviolette Strahlung. Alles, was das Material ermüden lässt, ist nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Objekte von selber zerlegen. Und der größte Teil der Fragmente, die wir heute haben, kommt nicht von Kollisionen, sondern von solchen Explosionen. Bis heute ist dieses Problem nicht gelöst. Bei fast jedem Raketenstart bleiben Teile im Erdorbit zurück. Was für ein Schrott kommt überhaupt in den Weltraum? Und wie kommt er wieder zurück? Nun schauen wir uns doch mal den Start einer Rakete an. Also das Ding fliegt hoch, die erste Stufe wird abgesprengt, kommt an Fallschirmen wieder runter und wird wieder verbunden. Ist noch kein Schrott. Die Oberstufe bereits fliegt in den Weltraum, kommt parabelförmig wieder zurück, verglüht teilweise, wird als Eisenwaren oder so wieder verkauft. Eigentlich auch noch kein Schrott. Aber jetzt kommt es. Die obersten Teile, zum Beispiel die sogenannte Fairing, also die Hülle, die den Satelliten umgibt, damit er schön geschützt wird, die bleibt im Weltraum. Kommt nach ein paar Monaten wieder zurück, da eine Metallhülle verglüht vollständig in der Atmosphäre. Kein Problem. Aber es gelangen auch viele kleine Schräubchen und kleinste Lackstücke in den Weltraum. Sie erhalten Orbitgeschwindigkeit, also viele Kilometer pro Sekunde und selbst kleinste Lackteilchen, selbst in Millimeter, durchschlagen zum Beispiel meine Arme, sind also sehr gefahrvoll. Wenn sie aber in die Atmosphäre wieder zurückkommen, verglüht alles. Lackteile schrauben alles. Bis auf die ganz großen, massiven Dinge. Zum Beispiel die Linse eines Teleskops, bestehend aus Glas. Die geht ungebremst und zerglüht, schlägt sie in die Oberfläche der Erde ein. Also wir sehen, es hängt ein bisschen von der Zusammensetzung ab und wie und nach welcher Zeit die Dinger runterkommen, ob sie verglühen oder wirklich Löcher in der Erde hinterlassen. Die tatsächliche Dramatik des Problems zeigte sich nach den ersten Einsätzen des Space Shuttles. Die NASA fand zahlreiche Spuren von Kollisionen mit Trümmerteilchen an den Raumfähren. Besonders nach Einsätzen zum Weltraumteleskop, in einer Bahnhöhe von knapp 600 Kilometern. Als dieser Space Shuttle wieder gelandet ist, konnte man an den Fenstern und auch an vielen anderen Stellen eine Großzahl von Kratern sehen. Auch an den Solarzellen vom Hubble Space Teleskop, die man mit zurückgebracht hat und die in ESA-Laboratorium ausgewertet wurden. Mehrere tausend Krater entdeckt wurden. Mikrometer groß, manche Millimeter groß, einige mehr als deutlich mit dem Auge sichtbar. Das war eine fantastische Datenbasis für Forscher wie mich, aber natürlich auch Zeugnis von der großen Gefährdung in dieser Bahn. Das Problem hat mittlerweile auch Hollywood inspiriert. ... rückwärts, offensichtlich von einem Fernsehsatelliten. Wir müssen machen, dass wir hier wegkommen. Auf die Höhle, Mensch! Na, warte, bitte! Ich kenne es! Was? Ich kann nicht, kommen! Jungs, hier ist Explorer, kommen! Was ist denn eigentlich dran an diesen Einschlags-Szenarien von Weltraumschrott auf Shuttle und die Raumstation, so wie wir es bei Gravity gesehen haben? Nun, zunächst muss man wissen, das Szenario war ja so, ein Schrottteilchen trifft einen Satelliten und zertrümmert ihn ebenfalls. Dabei entstehen tausende neue Teile. Diese Trümmerteile haben natürlich auch Orbitgeschwindigkeit, also sieben bis acht Kilometer pro Sekunde und die stieben auseinander. Sie bilden nach etwa einem Tag eine Wolke mit einem Durchmesser von etwa drei bis vierhundert Kilometer. Gleichzeitig verteilen sich die Trümmer auf dem Orbit, also auf dem Ring. Mit anderen Worten, dass ich von vielen Trümmerteilen dann getroffen werde, ist relativ unwahrscheinlich, wenn überhaupt, dann nur von einem. Außerdem ist es so, acht Kilometer pro Sekunde, was heißt denn das eigentlich? Nun, das heißt, wenn es noch vor einer Sekunde da hinten war und ich es gar nicht sehen konnte, weil es so klein ist, ist in der nächsten Sekunde schon bei mir eingeschlagen. Mit anderen Worten, man sieht von dem Trümmerteil überhaupt nichts. Und das im Gegensatz zu dem, was wir im Film gesehen haben. Der Weltraumschrott gefährdet nicht nur Astronauten. Mittlerweile kreisen mehr als 1000 aktive Satelliten um die Erdkugel. Kommunikations-, Wetter- oder Erdbeobachtungssatelliten. Mehr als 30 von ihnen sind allein für das Ortungssystem GPS verantwortlich. Jedes aktuelle Handy verarbeitet aus dem All kommende Daten. Und so hat jeder Ausfall eines Satelliten direkte Auswirkungen auf der Erde. Wir machen uns immer viel zu wenig klar, wie stark wir von der Raumfahrt abhängen. Jeder hat sein Satellit-Navigationssystem im Auto und weiß vielleicht nicht, dass die Signale dafür aus dem All kommen. Das Fernsehprogramm empfängt heute fast jeder über eine Satellitenschüssel. Die Wettervorhersagen im Fernsehen sind das Normalste vor der Welt. Die ganze Klimaforschung basiert auf Satellitentechnologie. Wir sind absolut abhängig von Diensten aus dem All. Wenn wir die Raumfahrt betreiben, so wie wir es jetzt tun, ohne Vermeidungsstrategien, dann werden wir in einigen Jahrzehnten vielleicht einige Bereiche des Weltalls nicht mehr nutzen können für die Raumfahrt. Im Februar 2009 kollidieren der russische Satellit Kosmos und der Kommunikationssatellit Iridium. Ein Super-GAU. Die Geschwindigkeit, mit der die beiden aufeinander getroffen sind, betrug rund 40.000 kmh. Das war eine seitliche Kollision. Und wir sehen jetzt 3.000 Trümmer. Wir können nachvollziehen, wie das vonstatten ging. Bei dem Aufprall bei Dolchengeschwindigkeiten läuft eine Schockwelle durch die gesamte Struktur und zerschmettert mehr oder weniger den Satelliten komplett. Wenn so eine Fragmentierung stattfindet, dann verteilen sich die Trümmer zunächst entlang der Bahn. Es bildet sich so eine Wolke. Und diese Wolke wird durch die Bahnmechanik auseinandergezogen. Die Trümmer verteilen sich erst entlang der Bahn. Das passiert so innerhalb von einem Tag oder zwei. Und dann durch Effekte infolge der Erdabplattung drehen sich auch die Ebenen der Bahn unterschiedlich. Und so nach Monaten bis Jahren, das hängt so ein bisschen von der Neigung zum Äquator ab, hat sich die ganze Explosionswolke eigentlich gleichförmig um die Erde verteilt innerhalb einer ziemlich limitierten Höhenschale. Tausende von Schrottteilchen bedrohen nun andere Satelliten. Jedes dieser Teile kann eine neue Katastrophe auslösen. Wenn also ein Schrottteilchen ein Satelliten zerschlägt und damit tausende neuer Teilchen generiert und jedes dieser Teilchen einen neuen Satelliten zerschlagen kann und das und so weiter, dann folgt ja daraus ein Lawineneffekt. Daraus entstehen Millionen neuer Teilchen. Und diesen Lawineneffekt nennt man in der Fachsprache Kessler-Effekt. Der Punkt dabei ist noch folgender. Man muss nur eine Schwelle, einen Schwellenwert überschreiten, ab der dieser Kessler-Effekt zu laufen beginnt. Und die Leute wissen nicht genau, ob wir diesen Schwellenwert bereits überschritten haben oder vielleicht noch nicht. Der Punkt ist aber der, egal was wir machen, selbst wenn wir jetzt den ganzen Raumflug stoppen würden, und keine Satelliten mehr in den Weltraum bringen würden, dieser Kessler-Effekt würde den Weltraumschrott einfach exponentiell vermehren und wir könnten nichts dagegen tun. Die Lage verschärft haben zudem Satellitenabschusstests. 2007 zerstört China mit einer Rakete einen eigenen Wettersatelliten. Es ist für die Raumfahrt ein großes Ärgernis, sowas zu tun. Chinesen sind nicht die einzigen, die solche Tests gemacht haben. Auch Russen und Amerikaner haben solche Tests gemacht in den 70er und 80er Jahren. Allerdings hat man sich da Zielobjekte ausgesucht, die deutlich tiefer in der Atmosphäre waren. Die Art und Weise, wie es durchgeführt wurde, die Auswahl der Bahn, wo man diese Kollision herbeigeführt hat, war nicht gut. Sie war eigentlich so schlecht, wie es ging. Denn das ist eine Bahn, die ohnehin schon dicht besetzt ist, durch operationelle Satelliten und durch vorangegangene Freisetzungsereignisse. Und dort so ein Experiment durchzuführen, ist keine weise Entscheidung. Der Abschuss ihres eigenen Wettersatelliten Feng Yung, das war eine reine Machtdemonstration der Chinesen gegenüber den Amerikanern, um zu zeigen, schaut her, wir könnten eure Satelliten absprengen und zerstören. Es ging damals ein Aufschrei durch die Raumfahrtgemeinde. Warum? Nun, mit einem Schlag entstanden 40.000 neue Trümmerteile, die etwa 1.000 Jahre dort oben bleiben werden. Und damit können sie über diese lange Zeit viele andere Satelliten zerstören. Warum werden diese Trümmerteile so lange dort oben bleiben? Nun, der Wettersatellit flog in einer Höhe von 850 Kilometer. Das ist auf dieser Skala etwa dieser Abstand. In der Höhe ist die Atmosphäre so gering, dass der Luftwiderstand die Teile nur sehr, sehr langsam abbremsen wird und sie nach etwa 1.000 Jahren auf der Erde verglühen werden. Übrigens, ein Dreivierteljahr später haben die Amerikaner zum Gegenschlag ausgeholt. Sie haben auch ihren eigenen Militärsatelliten zerstört, allerdings in einer Höhe von 200 Kilometer. In der Höhe ist die Atmosphäre so dicht, dass die Teile innerhalb von zwei bis drei Monaten runterregnen und verglühen. Also das war auch eine Gegendemonstration. Wir können das auch. Wenn Trümmerteile in die Atmosphäre eintreten und dort verglühen, ist alles gut. Doch so manches Schrottteil erreicht auch die Erdoberfläche. Was so ein Wiedereintritt in die Atmosphäre überlebt, hängt so ein bisschen ab von der Masse und von der Konsistenz dieser Objekte. Man kann so grob als Faustformel sagen, ein Objekt, das größer ist als eine Tonne, wird sicherlich Fragmente haben, die den Boden erreichen. Dazu gehören die Oberstufen von Raketen oder besonders schwere Satelliten. Wir haben täglich Wiedereintritte von Objekten. Bei 18.000 Objekten, die wir kennen, werden auch sehr viele eintreten und das sind mehrere hundert pro Jahr. Also wir haben das täglich. Wir haben allerdings einmal pro Woche, also 50 Mal pro Jahr, haben wir etwas, was eintritt und das hat eine Masse von mehr als einer Tonne. Und das kann schon dazu führen, dass Objekte davon im Wiedereintritt überleben. Insbesondere, wenn hitzebeständige Materialien an Bord sind, zum Beispiel Titan oder Edelstahl, das wird häufig in den Tanks verwendet. Und das ist tatsächlich so, dass man sehr häufig Tanks am Boden findet. Es ist allerdings so, dass noch nie ein Mensch zu Schaden gekommen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert ist, ist noch sehr gering. Die Objekte, die nicht zur Erde zurückkommen, kreisen über Jahre oder gar Jahrzehnte um den Globus. Um die kümmert sich nicht nur die zivile Raumfahrt. Auch eine Spezialeinheit des US-Militärs verfolgt die Irrläufer. Wir haben 700.000 Objekte, die größer als eine Wehrkugel sind. Von denen sind nur 18.000 erfassbar. Und die wiederum haben die Größe eines Fußballs, mindestens. Ansonsten können sie sich vom Boden aus nicht erkennen. Die Amerikaner verfügen über ein System, was ursprünglich für Ballistik-Missile gedacht war und auch heute noch ist. Aber was den positiven Nebeneffekt hat, dass man im Prinzip dadurch sehr, sehr gute Kenntnis über all das, was sich im Orbit bewegt, gewinnen kann. Und das wird systematisch gemacht, die Daten werden mit uns geteilt und wir nutzen die, um die Kollisionsvermeidungsmanöver zu machen. Also wir können quasi mit diesen 18.000 Objekten, denen können wir ausweichen. Und das tun wir auch. Das Satellitenkontrollzentrum der Europäischen Weltraumbehörde ESA liegt in Darmstadt. Hier werden Ausweichmanöver geplant und ausgeführt. Doch erst gar keinen Weltraumschrott im All zurückzulassen, ist der beste Weg, die Gefahr zu minimieren. Was besonders hilft, ist Explosionen zu vermeiden. Und da ist man eigentlich sehr effektiv in letzter Zeit. Also die Betreiber von Satelliten-Startsystemen, von Raketen, untersuchen ihre Raketen auch auf die Tendenz, zu explodieren am Ende einer Mission. Und da gibt es den Vermeidungsmaßnahmen, dass man Resttreibstoff entweder komplett abbrennt, dass man die Ventile öffnet, um den Treibstoff in den Weltraum zu entlassen. Dass man alle Energien, die an Bord sind, das gilt sowohl für Startsysteme, wie Raketen, als auch für Satelliten am Ende ihrer Mission, alle latente Energie herunterfährt. Künftig sollen alle neu gestarteten Satelliten weltweit diese Kriterien erfüllen. Es ist deutlich günstiger, wenn man von Anfang an den Satelliten so baut, dass er wenig Trümmer erzeugt und Schrott erzeugt. Als wenn man ihn später aktiv mit einer Robotermission zurückholen würde. Trotzdem, die Zahl der Kollisionen im All wird sich in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Wie ist denn das eigentlich? Wer kommt denn für diese Kollisionsschäden auf? Nun, zunächst erstmal, jeder Satellitenbetreiber kann jeden Orbit frei wählen. Er hat keinerlei Beschränkungen. Außerdem ist es so, dass ein Satellit gar nicht seine Bahn ändern kann. Das ist normalerweise so der Fall. Das heißt, wenn wir mehrere Satelliten haben, kann es ab und zu mal sein, dass sich zwei Satelliten begegnen und sich sogar treffen. Aber normalerweise ist das gar nicht der Fall. Der mittlere Abstand zwischen den Satelliten beträgt einige tausend Kilometer. Also so eine Kollision zwischen Satelliten ist extrem unwahrscheinlich. Und weil keiner etwas dagegen machen kann, muss jeder eben seine Schäden selber tragen. Und überhaupt, stellen Sie sich vor, da ist eine kleine Schraube, die durch die Gegend fliegt und einen Satelliten zerstört. Woher will man wissen, wo so eine Schraube kommt? Etwas anderes ist es, wenn ein Satellit abstürzt und Schäden auf der Erde verursacht. Dann gilt die internationale Regelung der Hersteller, um genau zu sein, das Land des Herstellers hat den Schaden zu tragen. Um die Risiken in den Griff zu bekommen, wird an neuen Strategien gearbeitet. Tote Satelliten sollen wieder zurückgeholt werden. Die Objekte sind mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Das Vehikel, was dieses Rückholen macht, das muss sich also mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, um ihn einzuholen. Und dann muss es ihn fangen. Für das Einfangen von Satelliten oder großen Trümmerteilen gibt es so einiges an Ideen. Mit Zangen könnte sich der Einfangsatellit den toten Satelliten greifen. Oder der Weltraumschrott wird mit einem Netz eingefangen und zurück Richtung Erde geschleppt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man könnte an dieses Objekt so ein Triebwerksmodul fixieren und dieses Triebwerksmodul entzünden und das Triebwerksmodul mit der Oberstufe zum Absturz bringen. In niedrigen Bahnen könnte man auch an dieser Oberstufe einen großen Ballon installieren, der dann sich aufbläht und einen großen Querschnitt darbietet, dem Luftwiderstand und damit die Lebensdauer im Orbit reduziert und auch das Gerät zum Absturz bringt. Andere Studien der ESA sehen ein Segel vor, das von toten Satelliten angebracht wird und sich dann im Orbit entfaltet. Der Luftwiderstand erhöht sich und der Satellit wird aus dem Orbit gedrängt. Oder man beschießt ihn mit Teilchen und schiebt ihn so auf eine niedrigere Umlaufbahn, von der ihn dann die Erdanziehung zurückholt. All diese Prinzipien aber sind technisch anspruchsvoll und bedürfen juristischer Erklärung. Ich kann meine eigenen Objekte natürlich entfernen, es steht mir aber nicht zu, die Objekte anderer Nationen zu entfernen. Die größte vom Menschen erschaffene Struktur, die jemals aus dem All entfernt wurde, war die russische Raumstation Mir. 1986 gestartet, gelangte die Mir 2001 ans Ende ihrer Lebensdauer. Nach Aufgabe der Station wollte man den 124 Tonnen schweren Brocken Altmetall nicht im Orbit lassen. Warum kann man dann so eine Raumstation nicht ewig da oben betreiben, fragen mich viele. Nun, wie ein Auto hat so ein Ding eben eine begrenzte Lebensdauer. Ein Auto etwa 15 Jahre, eine Raumstation 15 bis 20 Jahre. Die Mir-Station wurde auf sieben Jahre ausgelegt, gehalten hat sie 15 Jahre. Und glauben Sie mir, so ein Ding stinkt am Ende seiner Lebensdauer ganz ordentlich. Die verpilzt ihn. Allein deswegen kann sie nicht länger leben. Wie bringt man so ein Ding jetzt runter? Nun, man kann es nicht einfach abstürzen lassen. Und jede Raumstation stürzt ab, weil nämlich der restliche Luftwiderstand das Ganze langsam runterbringt. Würde sie unkontrolliert abstürzen, könnte sie auf eine Stadt abstürzen. Millionen von Menschen wären tot. Das geht nicht. Deswegen muss man sie ganz kontrolliert abstürzen lassen. Und das macht man immer in der Mitte des Pazifischen Ozeans, der die Hälfte unserer Erdkugel bedeckt. So hat man es genau bei der Mir-Station gemacht. Die Mir war einer der größten Erfolge der sowjetischen Raumfahrt. Und vor Entstehen der internationalen Raumstation der einzige permanent besetzte Außenposten der Menschheit im Weltall. Innerhalb von zehn Jahren wurde sie aus mehreren Modulen im All zusammengesetzt und ständig erweitert. Nach dem Ende der Sowjetunion nutzen auch die westlichen Raumfahrtagenturen diese einzigartige Forschungsbasis. Das war ein Zuhause. Das war ein Ort, an dem man so unglaubliche Dinge erlebt hat. Das erste Mal überhaupt im Weltraum zu sein, dort oben zu arbeiten, all diese tollen Aufgaben zu machen, diese hervorragende Zusammenarbeiten mit meinen beiden russischen Kollegen. Also da, das kommt einem dann so alles wieder in Erinnerung und sagt, oh schade und das verglüht jetzt in der Erdatmosphäre. Weit über ihre eigentliche Lebensdauer hinaus betrieb Russland die Station. Doch die gemeinsamen Pläne für eine neue Raumstation, die ISS, bedeuteten das Ende für die Mir. Allein hätten die Russen sie nicht weiter betreiben können. Bei der Mir war es auch so, dass zum Zeitpunkt ihres induzierten Absturzes 2001 die internationale Raumstation schon im Hintergrund anfing zu wachsen. Und man hatte einfach nicht das Geld für beide. Und insofern hat man die Mir dann aktiv vom Himmel geholt, obwohl sie eigentlich voll funktionsfähig war. Und die russischen Kollegen waren auch sehr traurig, dass das passiert. Sich selbst überlassen, wäre die Station innerhalb weniger Jahre unkontrolliert zur Erde gestürzt. Bei ihrer Größe hätten etliche Trümmer den Wiedereintritt überstanden. Russen, Amerikaner und Europäer arbeiten gemeinsam an der Rückholung. Wenn das Gerät unkontrolliert vom Himmel gekommen wäre, hätte es ein großes Risiko dargestellt. Und die Russen waren sehr offen zu dem Zeitpunkt. Die haben international alles preisgegeben, was wichtig war, um das Risiko einzuschätzen. Und die haben Daten geliefert, zum Beispiel Bahnverfolgungsdaten von europäischen Radars. Die Amerikaner haben Ähnliches gemacht. Denn je besser man die Bahn beobachtet, desto besser kann man die Bahn bestimmen. Und desto genauer kann man sagen, wo das Satellit herunterkommt. Am 23. März 2001 beginnt das komplizierte Manöver. Mit einem gezielten Schub des angekoppelten Progressraumschiffs wird die Station zunächst aus ihrem Orbit geholt und auf eine niedrigere Umlaufbahn geschoben. Die Russen haben die MIR mit drei Schubmanövern runtergeholt. Das erste Manöver vier Orbits vorm Wiedereintritt, das andere drei Orbits davor. Dann war eine Orbitpause, um zu sehen, wo bin ich. Und dann hat man im letzten Orbit einen großen Impuls gemacht mit einer Progress, die angedockt war und die speziell für diesen Zweck mit viel Treibstoff versehen war. Und das Manöver war dann sehr groß und hat zu einem Wiedereintritt geführt und die Wiedereintrittszone war dann in einem sicheren Gebiet. Über dem Pazifik tritt die MIR dann in die Erdatmosphäre ein. Die Station zerbricht. Ihre Einzelteile verglühen am Himmel. Reste der MIR fallen, verteilt über 1500 Kilometer, weit ab jeder Zivilisation in den Ozean. Das Manöver ist geglückt. Doch nicht nur Weltraummüll gefährdet die Raumfahrt. Jenseits der Erdatmosphäre lauern vielfältige Gefahren auf den Menschen. Jeder Weltraumtrip ist kein Gesundheitstrip. Das muss man wissen. Man hat sicherlich eine Wahrscheinlichkeit von wenigen Prozent Krebs zu entwickeln. Da es nur so wenig Astronauten bisher gibt, fehlt die Statistik, was da wirklich passiert. Langzeitaufenthalte auf der MIR oder auf der internationalen Raumstation führen zu einer erhöhten Strahlenbelastung. Dessen sind sich alle bewusst. Wie stark diese Belastungen sind, sollen Langzeitaufenthalte ermitteln. Der Amerikaner Scott Kelly war insgesamt 520 Tage im All. So lang wie kein anderer NASA-Astronaut. Das ist schon eine Herausforderung. Ich werde etwa 14 Monate von zu Hause weg sein. Eine sehr lange Zeit für mich. Und ich lasse da eine 19-jährige Tochter in meinem Haus zurück. Das ist wohl die größere Herausforderung. Kelly ist ein ehemaliger Kampfpilot der US Navy. Genauso wie sein sechs Minuten älterer, eineiger Zwillingsbruder Mark. Und wie auch sein Bruder wurde Scott Kelly von der NASA 1996 als Astronaut ausgewählt. Die Langzeitmission zur ISS startet im März 2015. Vom russischen Weltraumbahnhof Balkonur aus geht es mit einem Sojus-Raumschiff zur Raumstation. Scott Kelly kennt die Station sehr gut. Bei einer früheren Mission hat er bereits ein halbes Jahr auf der ISS verbracht. Doch diesmal wird er 381 Tage im All bleiben. Seine Mission ist nicht ungefährlich. Kelly wird ein Jahr lang einer permanenten Belastung durch kosmische Strahlung ausgesetzt sein. Vergleichbar mit einem Flug zum Mars. Und genau darüber will die NASA mehr wissen. Eines Tages werden wir zum Mars fliegen. Und auf der ISS haben wir alle Möglichkeiten zu forschen und mehr über solch lange Raumflüge zu erfahren. Scott Kelly lebt und forscht ein Jahr lang auf der Raumstation. Das wichtigste Experiment aber ist er selbst. Und sein auf der Erde zurückgebliebener Zwillingsbruder Mark, der als Vergleichsobjekt dient. Welche Auswirkungen wird die kosmische Strahlung auf den Organismus von Scott Kelly haben? Wie wird sein Körper sich nach einem Jahr Schwerelosigkeit verändert haben? Wie geht ein Mensch mit der psychischen Belastung eines so langen Raumflugs um? Fragen, auf die die NASA Antworten finden möchte. Immerhin kann Kelly während seines ISS-Aufenthalts die Erde sehen. Zukünftige Marsentdecker säen auf ihrer Reise nicht viel mehr als das schwarze Nichts des Weltraums. Die Zwillingsstudie mit den beiden Astronauten Scott und Mark Kelly. Sie dient der Vorbereitung interplanetarer Reisen. Im Weltraum gibt es zwei unterschiedliche Typen von gefährlicher Strahlung für den Menschen. Da ist zunächst die sogenannte GCR, Galactic Cosmic Rays, also galaktische kosmische Strahlung. Das sind einzelne Eisenatome, die durch Supernova-Exklusionen irgendwo im Universum entstehen und dann mit fast Lichtgeschwindigkeit auf mich einprassern. Was machen die mit meinem Körper? Nun, sie schlagen tief in meinen Körper ein, erzeugen dort eine sogenannte Sekundärstrahlung, also Protonen und Neutronen, und zwar einen ganzen Schwarm solcher Teilchen. Und erst die zerschlagen dann meine Gene, meine DNA. Und daraus kommt dann meistens Krebs. Meine Lebensdauer wird dadurch reduziert. Übrigens, wie groß ist diese Wirkung? Nun, etwa hundertmal mehr als das, was ich auf der Erde erfahre. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige Strahlung. Das sind die sogenannten Solar Flares. Das sind Protonenstrahlen, die durch Sonneneruptionen in das Universum hinausgeschleudert werden. Das heißt, wenn dort hinten die Sonne steht, kriege ich die ganze Ladung Protonen ab. Die kommen mit einer Geschwindigkeit von etwa vier, fünf, sechshundert Kilometer pro Sekunde auf mich ein und erzeugen auch Krebs in meinen Körper. Auch hier gilt, so ganz grob, die Strahlung, die ich dadurch abbekomme, ist etwa hundertmal mehr als was ich auf der Erde abbekomme. Besonders gefährlich sind hier Außenbordeinsätze. Vor kosmischer Strahlung schützen Raumanzüge nicht. Deshalb ist die Zeit begrenzt, die sich Astronauten frei im All aufhalten dürfen. Der erste Mensch, der den Schritt ins All wagte, war Alexei Leonov. 1965 kletterte er aus seinem Raumschiff und schwebte frei über der Erdkugel. Mit seinem Schiff nur durch die Nabelschnur seines Raumanzugs verbunden. Der erste Amerikaner, der das unendliche Nichts betrat, war Edward White. Auch er war nur geschützt durch das bisschen Stoff seines Anzugs. Ohne Raumanzug stirbt ein Mensch im All innerhalb kürzester Zeit. Er zerplatzt nicht, wie oft in Filmen dargestellt. Aber der fehlende Druck würde sein Blut zum Sieben bringen. Im Endeffekt aber erstickt der schutzlose Mensch im All durch den Mangel an Sauerstoff. Und so werden die Anzüge immer weiterentwickelt. Der Anzug selbst besteht aus mehreren Lagen Spezialgewebe. Aramidfasern kommen genauso zum Einsatz, wie auch eine Schicht aus Aluminium. Der Raumanzug muss den Menschen vor der Lebensfeindlichkeit des Alls schützen. Er regelt die Temperatur, wärmt den Astronauten in der extremen Kälte des Alls und kühlt ihn bei Sonneneinstrahlung. Er stellt die Versorgung mit Sauerstoff sicher, führt das ausgeatmete Kohlendioxid ab und hält einen gleichmäßigen Druck. Und der Anzug sichert die Kommunikation zur Außenwelt. Für den Fall der Fälle tragen die Astronauten extrem saugfähige Unterwäsche. Eine Art Erwachsenenwindel. Im Raumanzug ist der Astronaut für mehrere Stunden autark von den Bautsystemen. Gewissermaßen steckt er in einem eigenen kleinen Raumschiff. Der Raumanzug muss aber nicht nur absolut dicht und widerstandsfähig sein. Er muss es dem Astronauten auch ermöglichen, sich frei zu bewegen und ungehindert arbeiten zu können. Nur vor einem schützt er nicht. Vor harter Strahlung. Die klassischen Anzüge können deswegen nicht strahlengeschützt sein, weil die müssten dann Bleianzüge tragen. Und an denen kann man sich ja nicht mehr bewegen. Gut, so ein Außenbordeinsatz, der ist dann vielleicht fünf Stunden, fünf, sechs Stunden. Da würde ich sagen, ist das Risiko wirklich gering. Also Leute, die wirklich, die Piloten, die jeden Tag über den Atlantik fliegen, jeden Tag, 365 Tage, die haben wahrscheinlich mehr auszustehen. Man muss ja immer bedenken, es kommt auf die Dosis an. Die Dosis kommt dadurch zustande, wie stark ist die Strahlung und wie lange bin ich der Strahlung ausgesetzt. Wenn ich das zweite kurz mache, ist alles gut. Die gefährlichste Strahlung kommt von unserer Sonne. Bei Eruptionen schleudert unsere Lebensspenderin Massen von energiereichen Teilchen von sich. Harte Strahlung, die nicht nur den Funkverkehr stört. Sie bedroht auch das Leben von Raumfahrern. Von der Erde aus sind die Eruptionen gut zu beobachten. Mit Spezialteleskopen erforschen Astronomen unsere Sonne. Das modernste von ihnen steht auf Teneriffa, wird Gregor genannt und vom Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik betreut. Auf der Erde schützt uns das Magnetfeld unseres Planeten. Doch im All bewegt man sich ungeschützt vor der harten Strahlung. Da werden auch Partikel freigesetzt und auf die Reise geschickt. Und natürlich, wenn eine Sonneneruption zum Beispiel bei den Mondlandungen zum falschen Zeitpunkt gekommen wäre, hätte es noch eine deutlich höhere Strahlenbelastung gegeben. Und die Astronauten können von Glück reden, dass das nicht der Fall war. Man ist bei der Mondlandung diese Risiken alle eingegangen. Wenn man alle Risiken zusammenzählt bei der Mondlandung, muss man schon sagen, wow, es hätte auch schlechter laufen können. Die Ausbrüche auf der Sonne sind nicht vorhersehbar. Manchmal ist es ruhig. Dann wieder gibt es gewaltige Explosionen auf unserem Heimatstern, bei denen eine große Menge an Materie ins All geschleudert wird. Wie entstehen Solar Flares? Welche Schäden erzeugen sie auf der Erde oder im Weltraum? Und können wir vorgewarnt werden? Nun, sie entstehen durch sogenannte Sonneneruption, also ein Ausbruch an der Sonnenoberfläche. Die setzt einen ganzen Wind, eine Flutwelle von Elementarteilchen in Gang, typischerweise Protonen mit einer Geschwindigkeit von 800 Kilometer pro Sekunde. Und mit der Geschwindigkeit schießen sie in Richtung Erde. Zum Glück gibt es ein Vorwarnsystem, denn wir können den Ausbruch im Fernrohr sehen. Es gibt ganze Satellitensysteme, zum Beispiel einen Satelliten so hoch. Der schaut immer nur auf die Sonne. Und wenn man dann einen Ausbruch sieht, dann ist das Licht in acht Minuten bei uns. Aber der Wind, die Auswirkung, die braucht zwei Tage. Wir haben also typischerweise zwei Tage Vorwarnzeit. Und wenn dann die Vorwarnung kommt, heißt es, bitte richtet eure Satelliten im Weltraum aus, sodass ihr nicht voll mit euren Solarzellen getroffen werdet. Wenn die so stellen, werden sie voll getroffen, so nicht mehr. Auch die Raumstation wird dann ausgerichtet. Wenn dann der Sonnenwind kommt, geht es über die Magnetfeldlinien zu den nördlichen Breitengraden. Und dort werden typischerweise Kanada, Norwegen oder Schweden getroffen. Also wir haben Vorwarnzeit und das ist gut so. Und deswegen bleibt der Schaden eigentlich relativ gering. Trotzdem, Raumfahrt bleibt ein gefährliches Geschäft. Noch gibt es keinen wirksamen Schutz vor Sonneneruptionen und kosmischer Strahlung. Wer sich als Astronaut im All bewegt, ist sich dieser Gefahren bewusst. So ist die Natur unseres Universums. Man kann nur versuchen, das Risiko zu minimieren. Doch die Verschmutzung des Alls ist hausgemacht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis herumfliegender Müll weitere Satelliten trifft. Die Zahl der gefährlichen Trümmer im All steigt an. Was bleibt, ist diese zu orten und zu beobachten. Und zu hoffen, dass keine weiteren Katastrophen eintreten. Die Menschheit hat sich abhängig gemacht von Satelliten im All. Sie vereinfachen unser Dasein und helfen uns, die Vorgänge und Veränderungen auf unserem Planeten zu verstehen. Doch dieses System ist in großer Gefahr. Jedes neue Trümmerteil im Orbit unserer Erde bedroht diese Errungenschaft modernen Lebens. Die Verschmutzung des Alls ist global. Es gibt keine länderspezifischen Segmente im All, die man verschmutzen kann. Jede Kollision führt zu einer globalen Verschmutzung. Das heißt, letztendlich sind alle beteiligt. Und es sollten sich auch alle am Aufräumen beteiligen. Denn das Verursacherprinzip ist in der Raumfahrt sehr, sehr schwer, in dieser Problematik sehr, sehr schwer nachzuverfolgen. Das heißt, es müssten sich eigentlich alle raumfahrtbetreibenden Nationen beteiligen und diese Maßnahmen umsetzen. Vermeidungsmaßnahmen in allererster Instanz. Man könnte zum Beispiel von jedem Satellitenbetreiber oder von jedem, der etwas starten möchte, eine Gebühr einfordern, die er wieder zurückbekommt, wenn er sein Objekt ordnungsgemäß entsorgt hat. Doch internationale Einigungen darüber gibt es noch nicht. Weltraumschrott ist gefährlich. Keine Frage. Ich glaube, das ist klar geworden. Selbst kleinste Teilchen, so groß wie meine Nagelspitze, können ja ganze Satelliten zerstören. Damit sind sie tot. Und da oben fliegen ja Millionen von solchen Teilchen rum. Im Augenblick ist die Gefahr noch gar nicht so groß. So alle 15 Jahre wird so ein Satellit zerschossen. Aber die Gefahren nehmen zu, denn immer mehr Müll entsteht. Allein durch den Kessler-Effekt. Was also müssen wir tun? Nun, wir müssen nicht nur Müll vermeiden, sondern wir müssen die alten Satelliten, die nicht mehr funktionieren und die zum Kessler-Effekt beitragen, die müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Nicht nur unseretwegen, sondern auch den Leuten gegenüber, die weiterhin Raumfahrt und Satelliten betreiben wollen. Aber das kostet Geld. Und keiner will es bezahlen. Längst gehört der Orbit um unseren Planeten zur Infrastruktur einer modernen Welt. Trotzdem bleibt der Weltraum gefährlich. Für den Menschen und für seine Technik. Dafür sorgt die Natur, aber vor allem auch der Mensch selbst. Ein Super-GAU Die Geschwindigkeit, mit der die beiden aufeinander getroffen sind, betrug rund 40.000 kmh. Das war eine seitliche Kollision. Und wir sehen jetzt 3.000 Trümmer. Wir können nachvollziehen, wie das vonstatten ging. Bei dem Aufprall bei solchen Geschwindigkeiten läuft eine Schockwelle durch die gesamte Struktur und zerschmettert mehr oder weniger den Satelliten komplett. Wenn so eine Fragmentierung stattfindet, dann verteilen sich die Trümmer zunächst entlang der Bahn. Es bildet sich so eine Wolke. Und diese Wolke wird durch die Bahnmechanik auseinandergezogen. Die Trümmer verteilen sich erst entlang der Bahn. Das passiert so innerhalb von einem Tag oder zwei. Und dann durch Effekte infolge der Erdabplattung drehen sich auch die Ebenen der Bahn unterschiedlich. Und so nach Monaten bis Jahren, das hängt so ein bisschen von der Neigung zum Äquator ab, hat sich die ganze Explosionswolke eigentlich gleichförmig um die Erde verteilt innerhalb einer ziemlich limitierten Höhenschale. Tausende von Schrottteilchen bedrohen nun andere Satelliten. Jedes dieser Teile kann eine neue Katastrophe auslösen. Wenn also ein Schrottteilchen ein Satelliten zerschlägt und damit tausende neue Teilchen generiert, und jedes dieser Teilchen einen neuen Satelliten zerschlagen kann und das und so weiter, dann folgt ja daraus ein Lawineneffekt. Daraus entstehen Millionen neuer Teilchen. Und diesen Lawineneffekt nennt man in der Fachsprache Kessler-Effekt. Der Punkt dabei ist noch folgender. Man muss nur eine Schwelle, einen Schwellenwert überschreiten, ab der dieser Kessler-Effekt zu laufen beginnt. Und die Leute wissen nicht genau, ob wir diesen Schwellenwert bereits überschritten haben oder vielleicht noch nicht. Der Punkt ist aber der, egal was wir machen, selbst wenn wir jetzt den ganzen Raumflug stoppen würden, keine Satelliten mehr in den Weltraum bringen würden, dieser Kessler-Effekt würde den Weltraumschrott einfach exponentiell vermehren und wir könnten nichts dagegen tun. Die Lage verschärft haben zudem Satellitenabschusstests. 2007 zerstört China mit einer Rakete einen eigenen Wettersatelliten. Das ist für die Raumfahrt ein großes Ärgernis, sowas zu tun. Chinesen sind nicht die einzigen, die solche Tests gemacht haben. Auch Russland und Amerikaner haben solche Tests gemacht in den 70er und 80er Jahren. Allerdings hat man sich da Zielobjekte ausgesucht, die deutlich tiefer in der Atmosphäre waren. Die Art und Weise, wie es durchgeführt wurde, die Auswahl der Bahn, wo man diese Kollision herbeigeführt hat, war nicht gut. Sie war eigentlich so schlecht, wie es ging. Denn das ist eine Bahn, die ohnehin schon dicht besetzt ist, durch operationelle Satelliten und durch vorangegangene Freisetzungsereignisse. Und dort so ein Experiment durchzuführen, ist keine weise Entscheidung. Der Abschuss ihres eigenen Wettersatelliten Feng Yung, das war eine reine Machtdemonstration der Chinesen gegenüber den Amerikanern, um zu zeigen, schaut her, wir könnten eure Satelliten absprengen und zerstören. Es ging damals ein Aufschrei durch die Raumfahrtgemeinde. Warum? Nun, mit einem Schlag entstanden 40.000 neue Trümmerteile, die etwa 1.000 Jahre dort oben bleiben werden. Und damit können sie über diese lange Zeit viele andere Satelliten zerstören. Warum werden diese Trümmerteile so lange dort oben bleiben? Nun, der Wettersatellit flog in einer Höhe von 850 Kilometer. Das ist auf dieser Skala etwa dieser Abstand. In der Höhe ist die Atmosphäre so gering, dass der Luftwiderstand die Teile nur sehr, sehr langsam abbremsen wird und sie nach etwa 1.000 Jahren auf der Erde verglühen werden. Übrigens, ein Dreivierteljahr später haben die Amerikaner zum Gegenschlag ausgeholt. Sie haben auch ihren eigenen Militärsatelliten zerstört, allerdings in einer Höhe von 200 Kilometer. In der Höhe ist die Atmosphäre so dicht, dass die Teile innerhalb von zwei bis drei Monaten runterregnen und verglühen. Also das war auch eine Gegendemonstration. Wir können das auch. Wenn Trümmerteile in die Atmosphäre eintreten und dort verglühen, ist alles gut. Doch so manches Schrottteil erreicht auch die Erdoberfläche. Was so ein Wiedereintritt in die Atmosphäre überlebt, hängt so ein bisschen ab von der Masse und von der Konsistenz dieser Objekte. Man kann so grob als Faustformel sagen, ein Objekt, das größer ist als eine Tonne, wird sicherlich Fragmente haben, die den Boden erreichen. Dazu gehören die Oberstufen von Raketen oder besonders schwere Satelliten. Deswegen werden alle Teilchen detektiert, die da rumfliegen und man muss wirklich aufpassen, dass die Raumstation oder auch ein Satellit nicht von diesen Teilchen getroffen werden. Größere Teile werden permanent durch Radar verfolgt. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Trümmerstück den Kurs der ISS kreuzt, dann fliegt die Raumstation ein Ausweichmanöver. Doch vor kleinen, nicht entdeckten Objekten muss die Station selbst ihre Bewohner schützen. Besonders in Flugrichtung ist die ISS durch Schilde verstärkt. Diese Schilde, die können Objekte von ungefähr bis zu einem Zentimeter Größe abhalten. Das gilt für die bemannten, druckbelüfteten Module. Die sind mit diesen Schilden ausgelegt. Das heißt, alles, was kleiner als ein Zentimeter ist, dagegen ist die ISS sicher. All das, was größer als zehn Zentimeter ist, das hat dann wiederum die Größe, dass man es vom Boden aus erkennen kann. Und dann würde die ganze ISS ein Ausweichmanöver machen. So sind also die gefährlichsten Objekte, die mit einer Größe zwischen einem und zehn Zentimetern. Um die Teleskope auf der Erde zu kalibrieren, werden von der ISS aus Testkörper im Orbit ausgesetzt. Die Minisatelliten verglühen nach kurzer Zeit wieder in der Atmosphäre. Weltraumschrott ist nicht gleich Weltraumschrott. Es hängt davon ab, wie groß sind die Teilchen und wo sind sie. Also zunächst, potenziell gefährlich für Satelliten, können alle Teilchen werden, die größer sind als etwa ein Zentimeter Durchmesser. Die zerschlagen alles. Es geht bis hin zu einigen Metern Durchmesser, aber all diese Teilchen sind etwa gleichmäßig verteilt. Also an irgendeinem Ort im Weltraum gibt es sowohl die einen als auch anderen Sorten. Wo sind jetzt die Schrottteilchen? Nun, sie befinden sich hauptsächlich in einer Schale um die Erde bis zu etwa 1000 Kilometer Abstand. Hier gibt es mit Abstand etwa 90 Prozent aller Weltraummüllteile. Warum ist das so? Nun, das liegt einfach daran, weil die meisten Satelliten Wetter- und Erdbeobachtungssatelliten sind. Deswegen müssen sie ganz nah an die Erde ran, um genau das Wettergeschehen und die Details auf der Erdoberfläche zu beobachten. Und dann gibt es noch einen ganz anderen Bereich, das ist der geostationäre Orbit, ziemlich weit draußen in 36.000 Kilometer Höhe. Dort liegen die Satelliten wie an einer Perlenschnur aufgereiht. Das liegt daran, sie müssen sich ja mit gleicher Geschwindigkeit um die Erde bewegen. Und deswegen gibt es auch nur ganz wenige Slots, also wie eine Perlenschnur. Davon gibt es aber auch sehr viele tote Satelliten. Die befinden sich allerdings nicht an dieser Stelle, sondern etwas weiter zurück. Und deswegen gibt es zwei Perlenschnüre hintereinander, die noch funktionierenden weiter innen und die bereits toten weiter außen. Alles, was dazwischen ist, was man so sieht an Weltraummüllteilchen, sind so Navigationssatelliten, Militärsatelliten, die auf Zwischenbahnen, hochelliptischen Bahnen, sowohl von innen bis nach außen kreisen. Die größten Brocken kennt man. Ihre Bahnen werden ständig beobachtet. Eine Art Lebensversicherung für die Crew der ISS. Für die internationale Raumstation hat man natürlich sehr gute Bahninformationen. Die wird sehr intensiv verfolgt und sehr genau vermessen. Und insofern ist die Bahn, die man hat, auch sehr, sehr genau. Diese Bahn wird abgeglichen gegen die Bahnen von etwa 17.500 Objekten, die man regelmäßig verfolgt und die im amerikanischen Katalog vom Space Surveillance Network sind. Einige von diesen Bahnen könnten da ISS nahe kommen und die werden dann quasi extrahiert und ständig verglichen gegen die ISS-Bahn. Wenn so ein Objekt der ISS nahe kommt und wenn aus der Prognose hervorgeht, dass das Risiko einer Kollision größer als 1 in 10.000 ist, dann macht die Raumstation ein Ausweichmanöver. Wenn so ein Ausweichmanöver geflogen wird, das ist jetzt nicht, dass da plötzlich hier irgendeine riesige Beschleunigungen auftreten, sondern dann wird halt das Triebwerk mal für eine Minute gezündet oder zwei Minuten und dann hat man das erforderliche Ziel erreicht. Für solche Notfälle wird immer wieder geübt. Da läuft das ab wie ein Schweizer Uhrwerk. Da macht man genau das, was man trainiert hat und führt das so aus. Und das ist ehrlich gesagt kein Unterschied, ob das jetzt eine Simulation ist oder in Wirklichkeit stattfindet. Bleibt für ein Ausweichmanöver keine Zeit, dann begibt sich die Besatzung sicherheitshalber in die Rettungsboote. Zwei Sojus-Kapseln, die an die ISS angedockt sind. Man möchte einfach dann die Crew schützen für den Fall, dass irgendein Teilchen dann tatsächlich die Station treffen sollte. Dann wäre die Besatzung eben in der Sojus-Kapsel, kann die Luke dicht machen, abkoppeln und sicher zur Erde zurückkehren. Doch noch gab es keinen solchen Notfall. Nehmen wir mal an, die ISS hätte eine Aluminiumwandlung von 10 Zentimeter. Und es würde ein stinknormales Teilchen eintreffen, nämlich mit einem Durchmesser von einem Zentimeter. Dann würde es genau diesen Schaden erzeugen. Das ist ein simulierter Schaden mit einem Kügelchen mit sieben Kilometer pro Sekunde Geschwindigkeit. Das ist die typische Orbitgeschwindigkeit. Und Sie sehen gleich, das ist ein immenser Schaden. Die Tiefe des Kegels ist etwa 5 Zentimeter. Aber wir können uns keine 10 Zentimeter Aluminiumwandlung auf der Raumstation leisten. Die Raumstation wäre viel zu schwer. Da müssen also andere Lösungen her. Und deswegen hat man das sogenannte Triple Shield entwickelt. Wie funktioniert das? Nun, man macht drei Wände von etwa 2, 3, 4 Millimeter Dicke. Die erste Wand hat die Aufgabe, dieses einfallende Teilchen zu zerschlagen. Es entsteht so ein Trümmerhaufen, einen trümmeraufgefächerten Trümmerhaufen, der dann auf die zweite Wand schlägt. Diese zweite Wand kann diesem Trümmerhaufen standhalten, wird also nicht mehr durchschlagen. Und die dritte innere, meist sehr dünne Wand, hält dann den Innendruck der Raumstation stand. Und so funktioniert das Ganze. Die ganze Raumstation ist mit diesem Triple Shield ausgestattet. Diese Außenhülle wird ständig kontrolliert. Denn sie ist der wichtigste Schutz der Astronauten vor einem Einschlag durch einen kleinen Meteoriten oder ein Stück Weltraummüll. Vor 60 Jahren, mit Sputnik 1, begann das Raumfahrtzeitalter. Nach dem Start von Sputnik gab es keinen Müll im Weltall. Die Sputnik 1-Mission ist eigentlich nach heutigen Maßstäben perfekt gewesen. Sie hat ihre Missionsziele erreicht. Der Satellit als auch die Oberstufe, die ihn in die Bahn verbracht haben, sind innerhalb kurzer Zeit wieder eingetreten. Und genau das möchte man. Doch ab den 60er Jahren erlebte die Raumfahrt einen Boom. Beim Wettlauf ins All wurden immer mehr Raketen in den Weltraum geschossen. Im April 1961 katapultiert eine russische Vostok-Rakete den ersten Menschen ins Weltall. Yuri Gagarin. Mit ihm beginnt das Zeitalter der bemannten Raumfahrt. Und mit jedem Start bringt man auch mehr Müll in die Umlaufbahnen. Über 2000 Teile der Rakete Gagarins rasen noch Jahre nach dem Start um die Erde. Auch die amerikanische Weltraumbehörde NASA hinterlässt ihre Spuren im All. Immer leistungsfähigere Raketen hinterlassen auch immer mehr Objekte im Orbit. Das interessierte damals niemanden. Gerade die Oberstufen der Raketen verursachen Probleme. Sie sind tickende Zeitbomben. Die erste Trümmererzeugung, die gab es bereits in den frühen 60er Jahren, 1961, wo sich eine Raketenoberstufe zerlegt hat. Und das ist heute auch immer noch ein Problem. Eine Raketenstufe, die ist ausgelegt für eine Betriebsdauer von 10 Minuten. So schnell geht das vom Erdboden bis in die Umlaufbahn, in die niedrigen Umlaufbahn. Und danach hat sich keiner Gedanken gemacht, was mit den Jahren oder Jahrzehnten, in denen diese Raketenstufe noch im Alpha bleibt, mit ihr passiert. Die Bedingungen im Weltraum sind krass. Also wir haben gewaltige Unterschiede in Temperatur, wenn man aus dem Erdschatten austritt und in die Sonne hineinkommt und wieder eintritt. Das passiert teilweise innerhalb von Minuten, also mehrmals pro Tag. Das macht kein Material auf Dauer mit. Wir haben restlichen Druck in den Tanks. Wir haben Mikrometeoriten, die einprasseln. Wir haben atomaren Sauerstoff, ultraviolette Strahlung. Alles, was das Material ermüden lässt, ist nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Objekte von selber zerlegen. Und der größte Teil der Fragmente, die wir heute haben, kommt nicht von Kollisionen, sondern von solchen Explosionen. Bis heute ist dieses Problem nicht gelöst. Bei fast jedem Raketenstart bleiben Teile im Erdorbit zurück. Was für ein Schrott kommt überhaupt in den Weltraum? Und wie kommt er wieder zurück? Nun schauen wir uns doch mal den Start einer Rakete an. Also das Ding fliegt hoch, die erste Stufe wird abgesprengt, kommt an Fallschirmen wieder runter und wird wieder verbunden. Ist noch kein Schrott. Die Oberstufe bereits fliegt in den Weltraum, kommt parabelförmig wieder zurück, verglüht teilweise, wird als Eisenwaren oder so wieder verkauft. Eigentlich auch noch kein Schrott, aber jetzt kommt's. Die obersten Teile, zum Beispiel die sogenannte Fairing, also die Hülle, die den Satelliten umgibt, damit er schön geschützt wird, die bleibt im Weltraum. Kommt nach ein paar Monaten wieder zurück, da eine Metallhülle verglüht vollständig in der Atmosphäre, kein Problem. Aber es gelangen auch viele kleine Schräubchen und kleinste Lackstücke in den Weltraum. Sie erhalten Orbitgeschwindigkeit, also viele Kilometer pro Sekunde und selbst kleinste Lackteilchen, selbst in Millimeter durchschlagen zum Beispiel meine Arme, sind also sehr gefahrvoll. Wenn sie aber in die Atmosphäre wieder zurückkommen, verglüht alles. Lackteile, Schrauben, alles. Bis auf die ganz großen, massiven Dinge. Zum Beispiel die Linse eines Teleskops, bestehend aus Glas. Die geht ungebremst, unzerglüht, schlägt sie in die Oberfläche der Erde ein. Also wir sehen, es hängt ein bisschen von der Zusammensetzung ab und wie und nach welcher Zeit die Dinger runterkommen, ob sie verglühen oder wirklich Löcher in der Erde hinterlassen. Die tatsächliche Dramatik des Problems zeigte sich nach den ersten Einsätzen des Space Shuttles. Die NASA fand zahlreiche Spuren von Kollisionen mit Trümmerteilchen an den Raumfähren. Besonders nach Einsätzen zum Weltraumteleskop in einer Bahnhöhe von knapp 600 Kilometern. Als dieser Space Shuttle wieder gelandet ist, konnte man an den Fenstern und auch an vielen anderen Stellen eine Großzahl von Kratern sehen. Auch an den Solarzellen vom Hubble Space Teleskop, die man mit zurückgebracht hat. Und die in ESA-Laboratorium ausgewertet wurden und mehrere tausend Krater entdeckt wurden. Mikrometer groß, manche Millimeter groß, einige mehr als deutlich mit dem Auge sichtbar. Fantastische Datenbasis für Forscher wie mich, aber natürlich auch Zeugnis von der großen Gefährdung in dieser Bahnhöhe. Das Problem hat mittlerweile auch Hollywood inspiriert. Was ist denn eigentlich dran an diesen Einschlagszenarien von Weltraumschrott auf Shuttle und die Raumstation, so wie wir es bei Gravity gesehen haben? Nun, zunächst muss man wissen, das Szenario war ja so, ein Schrottteilchen trifft einen Satelliten und zertrümmert ihn ebenfalls. Dabei entstehen tausende neue Teile. Diese Trümmerteile haben natürlich auch Orbitgeschwindigkeit, also sieben bis acht Kilometer pro Sekunde. Und die stieben auseinander. Sie bilden nach etwa einem Tag eine Wolke mit einem Durchmesser von etwa drei bis vierhundert Kilometer. Gleichzeitig verteilen sich die Trümmer auf dem Orbit, also auf dem Ring. Mit anderen Worten, dass ich von vielen Trümmerteilen dann getroffen werde, ist relativ unwahrscheinlich. Wenn überhaupt, dann nur von einem. Außerdem ist es so, acht Kilometer pro Sekunde, was heißt denn das eigentlich? Nun, das heißt, wenn es noch vor einer Sekunde da hinten war und ich es gar nicht sehen konnte, weil es so klein ist, ist in der nächsten Sekunde schon bei mir eingeschlagen. Mit anderen Worten, man sieht von dem Trümmerteil überhaupt nichts. Und das im Gegensatz zu dem, was wir im Film gesehen haben. Der Weltraumschrott gefährdet nicht nur Astronauten. Mittlerweile kreisen mehr als 1000 aktive Satelliten um die Erdkugel. Kommunikations-, Wetter- oder Erdbeobachtungssatelliten. Mehr als 30 von ihnen sind allein für das Ortungssystem GPS verantwortlich. Jedes aktuelle Handy verarbeitet aus dem All kommende Daten. Und so hat jeder Ausfall eines Satelliten direkte Auswirkungen auf der Erde. Wir machen uns immer viel zu wenig klar, wie stark wir von der Raumfahrt abhängen. Jeder hat sein Satellit-Navigationssystem im Auto und weiß vielleicht nicht, dass die Signale dafür aus dem All kommen. Das Fernsehprogramm empfängt heute fast jeder über eine Satellitenschüssel. Die Wettervorhersagen im Fernsehen sind das Normalste vor der Welt. Die ganze Klimaforschung basiert auf Satellitentechnologie. Wir sind absolut abhängig von Diensten aus dem All. Wenn wir die Raumfahrt betreiben, so wie wir es jetzt tun, ohne Vermeidungsstrategien, dann werden wir in einigen Jahrzehnten vielleicht einige Bereiche des Weltalls nicht mehr nutzen können für die Raumfahrt. Im Februar 2009 kollidieren der russische Satellit Kosmos und der Kommunikationssatellit Iridium. Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Der Weltraum ist der neue Ozean, sagte einst John F. Kennedy. Und seit nun mehr als einem halben Jahrhundert erforscht der Mensch diesen Ozean. Dabei bewegt er sich in einer lebensbedrohlichen Umgebung. Kälte, Hitze, kosmische Strahlung. Doch eine der größten Gefahren hat der Mensch selbst ins All gebracht. Müll. Weltraumschrott, der Astronauten und Satelliten bedroht. Herzlich willkommen bei Spacetime mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Ein Einschlag in einer Scheibe. Eigentlich nicht weiter bedrohlich. Doch hier handelt es sich um ein Fenster der Internationalen Raumstation, 400 Kilometer über der Erde. Ein winziges Stück Weltraummüll hat die ISS getroffen. Mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 8 Kilometern in der Sekunde. Hunderttausende dieser Trümmer rasen durch den Erdorbit. Jedes einzelne kann eine Katastrophe auslösen. Seit Beginn der Raumfahrt hat der Mensch auch seinen Müll im All zurückgelassen. Satelliten, Raumschiffe und die internationale Raumstation sind permanent der Gefahr ausgesetzt, durch Schrotteilchen getroffen, beschädigt oder sogar zerstört zu werden. Astronauten bedroht zusätzlich die kosmische Strahlung. Auch unsere Sonne kann für den Menschen im All den Tod bedeuten. Raumfahrt ist gefährlich. Ich meine so richtig gefährlich. Und ich weiß, wovon ich rede. Da gibt es ja zum Beispiel den berühmten Weltraumschrott. Millionen von Trümmerteilen umkreisen die Erde. Und da haben sich die Menschen wirklich was eingebrockt. Aber es gibt ja noch ganz andere Gefahren, zum Beispiel Galactic Cosmic Rays, also harte Strahlung, die unsere DNA zerschlägt, oder Sonneneruptionen, die Solar Flares auslösen. Aber wir sind diesen Gefahren nicht ganz hilflos ausgeliefert. Wir kennen inzwischen Lösungen dafür. Für den Menschen ist der Weltraum noch immer ein grenzenloses Neuland. Und jeder Vorstoß ins All ein Wagnis. 12. März 2009. Auf der Raumstation wird Alarm ausgelöst. Ein Trümmerstück befindet sich auf Kollisionskurs. Die Wahrscheinlichkeit eines Treffers liegt bei unter einem Promille. Trotzdem bringen sich die Astronauten in einer angedockten Sojus-Kapsel in Sicherheit. Es gibt drei Notfälle, die eigentlich sehr kritisch sind, wo auch sofort reagiert werden muss. Das ist Feuer, wenn Feuer ausbricht, wenn die Atmosphäre kontaminiert ist, oder wenn eben Druckabfall stattfände. Weil beispielsweise irgendwie so ein Bruchteil eingeschlagen ist. Da muss jeder wirklich genau wissen, was zu tun ist. Und zwar sofort. Und da ist auch kein Platz für irgendwelche Fehler. Die Gefahr, dass Weltbaumüll den Weg der ISS kreuzt, besteht ständig. Das Trümmer-Teil vom März 2009 war etwa 13 Zentimeter groß. Es passierte die Station in einem Abstand von nur 4,5 Kilometern. Ein Einschlag hätte tödlich sein können. Um sich im Orbit halten zu können, müssen die Objekte sehr schnell unterwegs sein. Mit ungefähr 7,5 Kilometer pro Sekunde. Das ist eine sehr hohe Geschwindigkeit. Das entspricht 28.000 Kilometer pro Stunde. Wenn bei diesen Geschwindigkeiten Objekte aufeinanderprallen, kommen Einschlaggeschwindigkeiten von bis zu 40.000 Kilometer pro Stunde zustande. Bei diesen Geschwindigkeiten hat selbst ein kleines Objekt von der Größe einer Gewehrkugel eine gewaltige Wirkung. Man kann es das eigentlich nicht vergleichen mit einem Gewehrschuss. Die Energien, die da frei werden, entsprechen eher einer explodierenden Handgranate. Mikroskopisch kleine Teile können immensen Schaden verursachen. Ohne Vorwarnung. Also die Geschwindigkeiten sind so groß, dass man da nichts ankommen sieht. Sondern angenommen, da kommt so eine Schraube, da ist so eine Schraube, Weltraumschrott, befindet sich genau auf meiner Bahn, dann kann man da nicht mal ausweichen. Das ist also, so eine Schraube ist so klein, die sieht man nicht vorher, dann passiert das einfach. Das ist so.